Auf dem Wege der Heilung Wir alle besitzen einen bemerkenswerten Geist, einen starken Geist voller Mitgefühl, Gewissenhaftigkeit und Verständnis, auf den wir uns auch dann stützen können, wenn wir den Kontakt zu ihm verlieren. Das Licht der Weisheit befindet sich bereits in dir. Und diese Übung gibt dir die Möglichkeit, dieses strahlende Licht zu erleben, und des Anderen zu zeigen. Wir bewundern Menschen, die angesichts von Schwierigkeiten besonnen bleiben und das Licht der Weisheit auf wunderschöne Weise in die Welt tragen. An meinem Kühlschrank hängt ein Bild, auf dem ein Chinese abgebildet ist, der mit vollen Einkaufstaschen in den Händen einer Reihe von Panzern den Weg versperrt, die gegen die chinesischen Bürger vorgehen wollten. Viele Geschichten zeigen solchen Edelmut. Aber so ein Geist lebt nicht nur in ihm. Er ist in uns allen. Wir müssen nur wissen, wie wir ihm lauschen und ihm berühren können. George Scheller, einer der größten Primatenforscher, hat für ein bisschen Musik gesorgt, als er aus Afrika zurückkehrte, wo er Gorillas beobachtet hatte. George Scheller war der Mentor von Dian Fossey, die dir vielleicht aus dem Film »Gorillas im Nebel« mit Sigourney Weaver bekannt ist. Als George Scheller von seinen Feldstudien in Afrika zurückkehrte, präsentierte er seine Forschungsergebnisse auf einer großen Konferenz von Biologen und berichtete über das familiäre Verhalten dieser großen Affen. Er erzählte, wie sich die Verwandtschaft der jungen Gorillas zu ihren Onkeln und Tanten gestaltete, was für Geschwisterbeziehungen es gab, wie die Rolle des Silberrücken Männchens war. Er sprach mit so viel Detailwissen und so viel Verständnis, wie es noch nie zuvor jemand getan hatte. Einer der anwesenden Professoren sagte, »Dr. Scheller, wir Biologen studieren diese bemerkenswerten Geschöpfe nun schon seit einigen Jahrhunderten und haben von alledem nichts gewusst. Wie haben Sie all diese vielen Einzelheiten erfahren?« Und George Scheller antwortete, »Das ist ganz einfach. Ich hatte kein Gewehr dabei.« »Früher waren die Biologen mit großen Elefantengewehren in die Berge gegangen, in denen die Gorillas lebten, weil die furchterregenden Kreaturen ihnen Angst machten. Naja, wenn man ein Gorilla wäre und irgendwelche Leute würden mit Elefantengewehren kommen, wie würde man sich da wohl fühlen?« George Scheller hingegen ging ohne irgendeine Waffe dorthin. Er hatte einfach eine andere Vorstellung. Und weil er ohne Waffen kam, war er gezwungen, sich den Gorillas langsam und respektvoll zu nähern. Die wiederum spürten die Achtung und Fürsorge, die er ihnen entgegenbrachte. Und als sie nach einiger Zeit festgestellt hatten, dass er keine Bedrohung für sie war, erlaubten sie ihm, sich bei ihnen aufzuhalten und bei allem, was in ihrer Familie und ihrem Stamm geschah, zuzusehen. Wenn wir uns und anderen die gleiche fürsorgliche Aufmerksamkeit entgegenbringen, wird uns klarer werden, wie wir durch unsere Schwierigkeiten einfach hindurchgehen können. Denn es ist bereits alles in uns, sowohl die Lösungen, die wir suchen, als auch der Ort der Weisheit, den wir sichtbar machen müssen, uns durch Vergebung von unseren Bürden befreien. In schwierigen Zeiten ist es nötig, dass wir vergeben. Ganz besonders uns selbst. Aber es geht auch darum, anderen zu vergeben oder dem Zustand der Welt und all dem, was unser Leiden verursacht hat. Es gibt so viele Arten, wie wir kämpfen und leiden unter Schmerzen, Angst, Verrat, Konflikten, Verlust, Leiden in unserem Innern, in unseren Familien, in den Gemeinschaften um uns herum. Manchmal hat man das Gefühl, als wäre all das unüberwindbar. Und wir suchen nach einem Weg, wie wir aus diesem Leiden und diesem Konflikt in unserem Innern herausfinden. Und der Zeuge in uns weiß auch auf irgendeine Weise, dass ein friedliches Herz möglich sein muss. Zu vergeben bedeutet, ein großes Herz zu haben. Und dieses große Herz entsteht durch eine uralte praktische Übung, die seit 2500 Jahren durch die buddhistische Tradition weitergegeben wurde. Vergebung ist nichts, das von einem Moment zum anderen ganz und gar geschieht. Man kann nicht einfach über irgendetwas hinweggehen und sagen, ich vergebe. Es wird Trauer und Wut geben, Verzweiflung und Schmerz. Manche Dinge kommen einem so vor, als könnte man sie nie verzeihen. Und doch muss das Herz früher oder später loslassen. So wie mein Freund und Lehrer Maha Gosananda, der Gandhi von Kambodscha, den kambodschanischen Flüchtlingen erklärte, die enorm gelitten hatten, erinnert euch an die Lehren des Buddha. Hass lässt sich nie durch Hass beseitigen, sondern kann nur durch Liebe geheilt werden. Dies ist das uralte und ewige Gesetz. Es ist ein Anruf an deine Großherzigkeit, an den erhabenen Ursprung unserer Herkunft, wie der buddhistische Text sagt. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist. Erkenne, dass auch in dir ein großes und vergebendes Herz ist. Diese Vergebung bezieht sich ganz besonders auf uns selbst und auf andere, auf unser Schicksal. Es ist ein außerordentlicher Segen, wenn man sich selbst vergeben kann. Und anderen vergeben zu können, ist von entscheidender Bedeutung. Eine Welt, in der es keine Vergebung gibt, ist nur schwer vorstellbar. Ohne Vergebung bleiben wir an die Vergangenheit gekettet und sind gezwungen, die Leiden der einen Generation an die nächste weiterzugeben und sie zu wiederholen. Ohne Vergebung führen die nordirischen Protestanten und Katholiken ihre Kämpfe jahrhundertelang weiter. Die Hutus und Tutsis in Ruanda, die Bosnier und Serben und Kroaten, die Palästinenser in ihren Tälern, sie alle haben ihre Kinder und deren Kinder auf Generationen hinaus zu andauerndem Leiden und zu Konflikten verurteilt. Irgendjemand muss irgendwann sagen, es ist Schluss, hier bei mir hört es auf. Ich werde dieses Leiden der Vergangenheit nicht weiterführen. Ich werde es nicht der Generation meiner Kinder aufbürden. Wenn man vergibt, befreit man sich von einer Bürde und erleichtert das Herz. Und vor allem tut man das nicht für den Anderen, sondern für sich selbst. Zwei ehemalige Kriegsgefangene trafen sich. Und der eine fragte den Anderen, und hast du denen, die dich gefangen gehalten haben, inzwischen vergeben? Woraufhin der Zweite mit zusammengebissenen Zähnen sagte, nein, niemals. Der Erste sah ihn jetzt freundlich an und antwortete, nun, dann halten sie dich immer noch gefangen. Nicht wahr? Wenn wir lernen zu vergeben, nehmen wir eine Bürde von unserem Herzen. Wir fahren mit unserem Leben fort. Wir lassen los. Da man allerdings mit der Übung der Vergebung nicht einfach über irgendetwas hinweg geht, kann es sein, dass man sie eine ganze Zeit lang immer wieder machen muss. Vielleicht sogar sehr lange. Als einer meiner Lehrer mich mit der Übung des Vergebens vertraut machte, sagte er, wieso versuchst du es nicht mal zweimal am Tag für fünf Minuten und lässt mich nach sechs Monaten wissen, wie es dir damit ergangen ist. Dies bedeutete, die Übung etwa 300 Mal zu machen. Manchmal fühlt man sich danach zu vergeben und manchmal sagt man nein, niemals. Manchmal empfindet man Schmerz und Wut und manchmal gibt es Tränen. Schritt für Schritt schmilzt das Herz wie ein Stein, über den das Wasser läuft. Es ist wichtig, ganz genau zu verstehen, was Vergebung bedeutet. Es geht nicht darum, stillschweigend zu dulden, was passiert ist. Man kann sich trotzdem voller Kraft erheben und sagen, ich werde nicht zulassen, dass mir so etwas noch einmal passiert. Wenn man vergibt, erkennt man den Schmerz an und sorgt dafür, dass er nicht weiter andauert. Letztlich ist Vergebung aber ein Akt des Mutes. Mit den Worten der Bhagavad Gita zu sprechen, wenn du einen mutigen Menschen sehen willst, suche jemanden, der vergeben kann. Vergebung bedeutet nicht, jemanden aus seinem Herzen zu verbannen. Oder, wie es einmal jemand erklärte, Vergebung bedeutet, die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit ganz und gar aufzugeben. Manchmal sehnt sich das Herz selbst bei Kleinigkeiten nach Vergebung, bei geringfügigen Bemerkungen, bei Schwierigkeiten zwischen uns, in unseren Familien, in unseren Gemeinschaften. Und manchmal geht es darum, dass das große Herz der Vergebung dazu aufgerufen wird, zu erwachen. Ich erinnere mich daran, wie ich vor ein paar Jahren in einem Zug von Washington D.C. nach Philadelphia fuhr, wo der Gedenkgottesdienst für meinen Vater stattfand. Ich saß neben einem elegant gekleideten Mann, der mir im Laufe unseres Gesprächs erklärte, dass er seine Arbeitsstelle beim State Department aufgegeben hätte, um in der Innenstadt mit Jugendlichen zu arbeiten. Seine hauptsächliche Arbeit bestand darin, mit jungen Männern zu arbeiten, die wegen Mordes angeklagt waren. Dann erzählte er mir eine Geschichte. Ein etwa 14-jähriger Junge hatte sich einer Bande angeschlossen. Als eine Art Aufnahmeprüfung, um zu beweisen, dass er ein Mann war, zog er mit einem Gewehr los und erschoss einen unschuldigen, ungefähr gleichaltrigen Teenager. Er wurde gefasst, wegen Mordes festgenommen und eingesperrt. Irgendwann kam der Junge vor Gericht und als die Verhandlung beendet war und man ihn für schuldig erklärt hatte, erhob sich die Mutter des getöteten Jungen, kurz bevor er ins Gefängnis geführt wurde. Sie sah ihm geradewegs in die Augen und sagte, ich werde dich töten und dann wurde er in Handschellen abgeführt. Nachdem er etwa ein Jahr im Gefängnis saß, besuchte ihn die Mutter des ermordeten Jungen. Er war betroffen und überrascht. Sie unterhielt sich ein bisschen mit ihm und als sie ein andermal wiederkam, brachte sie ihm ein paar Dinge mit, die er vielleicht gebrauchen konnte. Ein bisschen Geld, um sich im Gefängnis etwas kaufen zu können, etwas zum Schreiben. Dann fing sie an, ihn regelmäßig zu besuchen und das tat sie drei oder vier Jahre lang. Während er seine Strafe absaß, kam sie zu ihm und unterhielt sich mit ihm. Als er kurz davor stand, entlassen zu werden, wusste er nicht, was er tun sollte. Sie fragte ihn, wo wirst du arbeiten? Ich weiß es nicht, sagte er. Und sie sagte, ich habe einen Freund, der eine kleine Fabrik hat. Vielleicht kann ich dir helfen, dort eine Arbeit zu finden. Und dann fragte sie, wo wirst du wohnen? Er sagte, ich weiß es nicht. Ich hatte nicht gerade eine richtige Familie, bevor ich hierher gekommen bin. Und sie fragte, wieso kommst du dann nicht mit mir und wohnst bei mir? Bei mir steht ein Zimmer leer. Und so zog der junge Mann bei ihr ein und fing auf der Arbeitsstelle an, die sie für ihn gefunden hatte. Nach etwa sechs Monaten rief sie ihn zu sich ins Wohnzimmer und bat ihn, sich zu setzen. Dann sagte sie, ich sie sah ihn an. Erinnerst du dich an den Tag im Gericht, als du verurteilt worden bist, weil du meinen Sohn umgebracht hast, mein einziges Kind? fragte sie. Ja, Ma'am. Sie sagte, erinnerst du dich daran, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, dass ich dich töten würde? Ja, Ma'am. Nun, das habe ich getan. Ich habe mich daran gemacht, dich zu verändern, habe dich besucht, habe dir etwas gebracht, habe mich mit dir angefreundet. Und als du das Gefängnis verlassen hast, habe ich mich um dich gekümmert und eine Arbeit für dich gefunden und einen Platz, wo du wohnen kannst, weil ich nicht wollte, dass ein solcher Junge, der kaltblütig meinen Sohn umbringen konnte, weiter auf dieser Erde lebt. Und ich habe es getan. Ich habe dich verändert und du bist nicht mehr dieser Junge. Aber ich habe keinen Sohn mehr und auch sonst niemanden. Und hier bist du und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht bei mir bleiben würdest, ob du eine Weile hier wohnen würdest und ich dich als meinen Sohn aufziehen könnte. Ich würde dich gern adoptieren, wenn du einverstanden bist. Und so wurde sie zur Mutter des Mörders ihres Sohnes, zu der Mutter, die er nie gehabt hatte. Für die meisten von uns wird Vergebung bei weitem nicht so dramatisch sein. Aber ob im Kleinen oder im Großen, wir brauchen die heilenden Wasser der Vergebung für unseren eigenen Körper, unseren eigenen Geist und unser eigenes Herz. Für die Wut und die Schuldgefühle und die Scham, die wir mit uns herumtragen. Für das, was wir vielleicht getan und womit wir anderen geschadet haben. Und so müssen wir den barmherzigen Blick, den wir auf uns selbst richten, auch auf andere richten. Dies ist eine süße Medizin in schwierigen Zeiten, die uns von der Vergangenheit befreit und uns gestattet, von vorn anzufangen. Es ist nie zu spät, noch einmal von vorn anzufangen. Es ist nie zu spät, zu vergeben. Die Macht der Heilung Wir alle brauchen Zeit für Heilung, der körperlichen Probleme, der Kämpfe und Gefühle, die mit den Konflikten verbunden sind, die wir mit der Welt haben, der Traumatisierungen, die wir erlitten haben, der Art und Weise, wie wir die Schwierigkeiten der Vergangenheit in unserem Körper festhalten, der eigenen Teilnahme an den Torheiten und Kämpfen der Menschheit. Während der Zeit, als ich in Südostasien im Buddhismus ausgebildet wurde, habe ich einmal während des Krieges einen Tempel in Südvietnam besucht. Es war der Tempel eines Mannes, der als Kokosnussmönch bezeichnet wurde. Und es handelte sich um ein Refugium des Friedens, in dem diejenigen, die auf keiner der beiden Seiten kämpften, Zuflucht finden konnten. Der Tempel stand auf einer Insel im Mekong-Delta. Und obwohl ich durch Gebiete gereist war, in denen erheblich gekämpft wurde, war es auf der Insel selbst bemerkenswert ruhig und still, als ich dort ankam. Der Meditationsmeister und die anderen Mönche, die ich dort kennenlernte, trugen Gewänder mit großen Flicken darauf, auf denen ein zerbrochenes Gewehr zu sehen war, unter dem in drei Sprachen geschrieben stand, wir kämpfen nicht mehr. Ich wurde erweckt. Als ich später zum anderen Ende der Insel ging, fand ich dort auf der Kuppe eines kleinen Hügels eine große, etwa 14 Meter hohe Statue des Buddha. Gleich daneben stand eine genauso große Statue von Jesus. Die beiden hatten einander die Arme um die Schultern gelegt. Und obwohl in der Ferne Kampfhubschrauber zu hören waren und überall um uns herum gekämpft wurde, kam es mir so vor, als würden die beiden da stehen und sagen, es gibt Frieden und es gibt Heilung, was immer auch geschieht. Gerade in den Zeiten, in denen wir mit Schwierigkeiten zu tun haben, müssen wir das Licht der Heilung tragen und unsere weiche, heilende Energie dorthin bringen, wo etwas krank oder zerrissen ist, zerbrochen oder verloren. Ebenso wie die Hingabe der buddhistischen Tradition, die dem Geist von Jesus entspricht. Möge ich das Heilmittel für all diejenigen sein, die krank sind, für mich und andere. Wenn wir begreifen, dass Heilung möglich ist, werden wir weich und weise gegenüber uns selbst und anderen, die um uns herum sind. Selbst dann, wenn wir tief trauern, wie jener Mann, der einmal zum Meditieren zu einem unserer Retreats gekommen ist. Sein Sohn war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, bei dem er, der Vater, selbst am Steuer gesessen hatte. Nach dem Unfall war dieser Mann viel herumgelaufen und hatte getrauert und mit Leuten gesprochen und Menschen besucht. Trotzdem sagte er zu mir, dass dies nur eine Möglichkeit gewesen wäre, die Trauer von sich fernzuhalten. Als er schließlich zu Meditieren kam, war es an der Zeit für ihn, sich hinzusetzen und zuzulassen, dass das Heilmittel für den Schmerz der Schmerz selbst war, um die Worte von Rumi zu benutzen. Um so seine heilende Aufmerksamkeit auf den Kummer und die Schuldgefühle und das Leiden zu richten. Auf all das, was er mit sich herumtrug und vor dem er nicht mehr weglaufen konnte. Die Macht der Heilung ist bemerkenswert. Und der erste Schritt besteht darin, sich dem zuzuwenden, was schwierig ist, und es mit Heilung statt voller Angst zu berühren. Richard immer so aussehen. Der Chirurg war der Wölbung ihrer Wange mit religiöser Inbrunst gefolgt, das kann ich Ihnen sagen, dennoch musste ich, um den Tumor zu entfernen, den kleinen Nerv durchtrennen. Ihr junger Ehemann ist ist im Zimmer. Er steht auf der anderen Seite des Bettes im Schein der Lampe. Sie sehen sich an und die junge Frau spricht. Wird mein Mund immer so sein? fragt sie. Ja, sage ich. Das wird er. Der Nerv ist durchtrennt worden. Sie nickt stumm. Aber der junge Mann lächelt. Mir gefällt es, sagt er. Es ist irgendwie niedlich. Und plötzlich weiß ich, wer er ist. Und ich begreife und senke den Blick. Denn niemand ist bei der Begegnung mit den Göttern kühn. Und ungeachtet meiner Gegenwart beugt er sich herab und küsst ihren schiefen Mund. Ich bin nah genug, um sehen zu können, wie er seine eigenen Lippen verzerrt, damit sie sich ihren anpassen und ihr so zu zeigen, dass sie sich immer noch küssen können. Ich erinnere mich daran, dass die Götter im alten Griechenland als sterbliche Menschen erschienen sind und halte den Atem an und lasse das Wunder in mich hinein. Heilung ist möglich für dich, für jeden von uns. Häufig ist damit direkt die Heilung des Körpers verbunden und immer ist sie möglich als Heilung des Geistes, als Heilung des Herzens, als Heilung der Seele. Deine Dine Deine Deine Deine